Schönen guten Tag, ich bin Guido Markowski und das ist mein Geschäft Münzen Markowski. Ich lade Sie ein, kommen Sie rein. Hier berate ich Sie gerne und kompetent in Sachen Münzen, Edelmetalle und Investments. Gold und Silber bekommen Sie bei mir als Münzen oder Barren. Verschiedenes Zubehör für Ihre Schätze biete ich ebenfalls an. Guido Markowski erklärt, warum sich jetzt eine Investition in Gold und Silber lohnt. Sowohl Gold als auch Silber sind seit eh und je Zahlungsmittel, haben dabei nie ihre vollständige Kaufkraft verloren. In Krisenzeiten ist es immer ein Notanker. Der Euro ist ein Versprechen auf Goldbesitz, Gold und Silber sind ein Besitz. Markowski weiß auch, warum große Zentralbanken Tausende von Tonnen an Gold besitzen. Gold und Silber haben nur eine Funktion. Sie sind das einzig wahre Geld. Gold hat immer den gleichen Wert, sagt Guido Markowski. 1913 hat man für einen maßgeschneiderten Anzug eine Unze Gold bezahlt. Heute bezahlt man auch eine Unze Gold. Gold hat also den Vorteil, dass der Wert gleich geblieben ist. Gold ist ein gutes Mittel gegen einen immer schwächer werdenden Euro. Münzen Markowski, bei uns erwartet Sie eine kompetente, faire und ehrliche Beratung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bis zum nächsten Mal.